Lügen-Dämonen-Augen... Kommt her! Zack! Gut, da hinten habe ich schon gesehen, komme ich so nicht durch. Oh oh! Aber der Zombie konnte auch nicht wirklich durch. Ha! Jaaaa... So, ich muss den hier noch wegmachen, damit ich hier durchkomme. Ah, da komme ich jetzt erstmal nicht hoch. Da hat er noch drei, wunderbar. So, jetzt komme ich aber hoch. Und noch einmal schoben den Heber natürlich mit. Oh, ich liebe den Spell. So kann man den nicht abhacken. Ne? Jaaaa... Jaaaa... Fall off the Thrill, zack! Oh, direkt zwei! Schön! Hm... Jetzt haben wir den Grobelstuhl noch. Wie sieht das aus? Zack! Ich habe auch Pfeile. Ich habe auch Pfeile. So, Schneegehörle aber etwas stirnt. So. Obwohl das mit der Erde da auch ein bisschen blöd aussieht. Und da bin ich rein, aber... Herrlich. Herrlich! Okay! Da machen wir da auch noch. So! Zombies! Und ein Stern! Na, kommt mal her, kommt mal her. Unser Buff ist gleich weg, deshalb gucke ich jetzt, dass wir zurückkommen, damit wir in der Hütte weitermachen. Hm, mal sehen, ob ich es schaffen werde und wie weit ich es hier schaffen werde. So. 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 So, sehr schön. So. Jetzt wäre wieder ein Moment, wo ich mich riesig über den Blutmond freuen würde und der dann natürlich nicht kommt. Und dann aufs Zombie-Jagd zu gehen, gerade hier auf der freien Fläche. Ich meine, gut, die Dämonen-Augen, die werden wir dann ein bisschen zu schaffen machen. Aber die Zombies dafür überhaupt nicht. So, Holz haben wir jetzt genug. Ja. Damit wir endlich mal hier ein bisschen... Aha, jetzt habe ich so viel Krimskrams wieder mit. So, Kupfererz, da rein. Kupferln, da rein. Eisen, da rein. Was haben wir hier? Topaz und sowas. Obwohl, da brauchen wir eigentlich nie im Leben eine komplette Kiste für. Es wird vollkommen ausreichen, die hier so an die Seite zu tun. Sodass wir die erstmal genau für überflüssigen Baustoff hier benutzen. Ja. Was hatten wir hier drin? Hier hatten wir... Genau, die ganzen sind wirklich gerade Radarsachen. Jetzt haben wir hier... ...Karateen en masse, da brauchen wir erstmal keine. Noch einen Trank. So, ich glaube, die Tränke, die nehme ich mir lieber mal mit Linsen. Oh, haben wir schon einiges zusammen. Wir haben Gel auch, Waterleaf haben wir hier auch. Auch. Achons haben wir auch noch jede Menge. Äh, Sterne haben wir hier, die Ops. Pilze auch. Schön, schön, schön. So, die Tränke, die tue ich mir mal da oben hin. Das ist in Ordnung, muss der sein. Eine Kiste haben wir hier auch noch drinne. Die Sterne jetzt einfach mal daneben erstmal. So, da holen wir uns jetzt erstmal den nächsten NPC. Damit ich endlich mal überflüssige Sachen verkaufen kann. Das geht mir hier voll auf den Sack. Immer den ganzen Scheiß mit mir rumzuschleppen. So, ich denke mal, das reicht erstmal. Dann kriegen wir die Hütte sogar komplett fertig. So, damit es dem Ganzen ein bisschen schneller geht, brauche ich da natürlich jetzt direkt die Tür schon rein. Da ebenfalls. Und hier die... So, natürlich nicht. Ach komm, der Händler kriegt sogar zwei Tische. Da gehen ja viele Waren über den Tisch. Von daher kriegt er zwei Tische. Ich hoffe auch, dass da der Händler spawnt. Ansonsten. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. So, hier scheint alles dicht zu sein. Und es wird wieder Tag. Sehr schön. So, auf jeden Fall. Die nächste Hütte für den NPC steht. Jetzt nur die Frage, wann er ankommt. Okay, das lasse ich natürlich auch ungern so stehen. Und da wir eigentlich noch genug Holz jetzt erstmal haben. So, wie das aussieht, wurde das auch ein bisschen geändert. Und es reicht immer noch nicht von den Wänden her. Also, man braucht eine ganze Menge Holz, wie ihr seht. So, ich denke, das müsste aber jetzt reichen. So, ich denke, das ist ein bisschen Glasfenster. Das wäre aber jetzt eigentlich auch nicht schlecht. Jetzt werden wir schon mal Glas haben. Aber ich habe den Sand natürlich nicht mit. Wo habe ich denn jetzt das Schild, bitte schön? So, mit den Schildern will ich das nämlich jetzt auch wie folgt machen. Da habe ich mir nämlich ein gutes Gedanke gekommen. So, was haben wir denn da drinne? Nichts. Da haben wir nur drei von. Das bringt nicht wirklich viel. Dann nennen wir die einfach mal unnütz. Ja, cool. Was hatten wir hier drinne? Würde ich als Krimskranz bezeichnen. Da hatten wir nur Geld drinne. Das heißt, ich muss den aber auch abbauen. Aber das natürlich mit einem Schlafzimmer ist auch blöd. Jetzt machen wir mal anders. Uh, ein Herz. Ein Herz. Immer her damit. So, das müsste ich ja von hier genau machen. Wunderbar. Wir können da natürlich jetzt wieder Gegner spawnen. Aber das interessiert mich jetzt erst mal nicht wirklich. Hm, ich brauche einen besseren Hammer definitiv. Was habe ich denn? Wundenhammer. Okay, aber gut. Das hatten wir doch hier irgendwo. Okay. Mal, lass mal so. Haben wir für den Händler auf jeden Fall genug Geld dabei. Oh, da ist er ja schon. Ah, cool. Okay, dann nehmen wir die Sache aus der Unnützkiste direkt mit. Ja, kann's haben. Äh, ne, den wollte ich eigentlich aufheben, genau. Ähm, so, den Rast brauche ich erst mal noch. Den Meiningham 8 Gold, den will ich natürlich haben. Ähm, 5 Kupfer. Ähm, 5 Kupfer. Ähm, so, wo war ich denn jetzt dran? Genau. Ich wollte ja gucken, ob ich genügend Eisen zusammenhabe. 8 Eisen, das hört sich für mich nicht einfach an. Ähm, so, wo war ich denn jetzt dran? Genau. Ich wollte ja gucken, ob ich genügend Eisen zusammenhab. 8 Eisen, das hört sich für mich nicht einfach an. mehr eisenwerkzeug eine eisenaxt könnten uns herstellen und der hammer mehr lieber 35 hammer power, was hat der? 25 ab sich das wirklich lohnt ein paar flaschen kann ich mal auch direkt machen ein brick brauchte ich jetzt eigentlich nicht mehr super